Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie, unabhängige Stampin' Up Demonstratorin. Ein weiteres Mini-Album ist entstanden und wie das geht, zeige ich dir jetzt. Klopapier scheint ja momentan ein beliebtes Thema. Ich lass das mal völlig links liegen und wende mich direkt dem Kern des Ganzen zu, der Kloroller. Falls du gerade keine zur Hand hast, frag mich. Ich habe da eine umfangreiche Sammlung aus ca. 4 Jahren. Oder nimm dir eine Klopapierrolle und entkerne sie. Das abgewickelte Klopapier kannst du übrigens wunderbar weiterverwenden beim Papierschnopf. Unbenutzt ist klar. Du kannst es nicht sehen, aber an meiner Wand steht hier, heute ganz groß, keine schmutzigen Witze. Und das schaffe ich auch. Jetzt zum Album. Du benötigst mehrere Klorollen, Designerpapier und etwas Deko, den Papierschneider und Klebstoff. Ich hatte es auf dem Arbeitstisch, habe schon fast das ganze Paket verbraucht von meinem absoluten Lieblingspapier aus dem Katalog, den es ab 3. Juni dann für euch alle gibt. Und zwar Welt der Abenteuer. Neumünster ist übrigens hier. Für heute habe ich ein anderes Stück Designerpapier, aber zeige ich noch mal kurz mein Album. Hier sind solche Binderinge. Das sind die Seiten. Und natürlich sieht man das Toilettenpapier, die Rolle gar nicht mehr. Die stecken hier, du denkst es an, es ist schon hier innen drin. Ich habe das auf Pinterest in verschiedenen Ausführungen gesehen und dachte, da werde ich doch mal mein eigenes machen. Ich habe außerdem verwendet Seiten aus dem Kartensortiment, Erinnerungen und mehr, was es auch passend zu dem Welt der Abenteuer gibt. So schaut mein Album aus. In jedem steckt so ein Tech drin, so ein Auszug, hinten und vorne gestaltet. Du benötigst dafür die Klopapierrollen. Am besten du legst dir zuerst alle Materialien zurecht, dann kannst du anschließend mit mir gemeinsam basteln. Nach dem Motto Stop & Go, die Play-Taste macht es möglich. Du benötigst für jede Seite ein Stück Designerpapier in den Maßen 12 x 14 cm. Für den Auszug ein Stück Tonkarton in den Maßen 6 x 8,5 cm. Außerdem ein Stück DSP in 5,5 x 8 cm. Und ein Stück Flüsterweiß habe ich verwendet, ebenfalls 5,5 x 8 cm. Sämtliche Papierreste und Streifen und Stücken kannst du zum weiteren Ausgestalten innen verwenden. Also bloß nichts wegschmeißen, da gibt es tausend Möglichkeiten, wie man Schnipselchen weiterverwenden kann. Du kannst das sicher innen auch völlig anders gestalten. Da gibt es keine Grenzen für deine Fantasie. Die Klorollen sind wichtig, dass sie innen stabil sind. Hier habe ich eine, die ist nicht ganz stabil, da klemmt es immer mal ein bisschen. Wenn da hier so ein Riegel etwas hoch steht, dann könnte das eben eine Kante geben, wo das nicht ganz zügig läuft. Gut, keine Witze. Okay, das geht so. Du nimmst die Rolle, du drückst sie. Hier habe ich schon mal vorbereitet. Einmal platt, nimmst vielleicht ein Falzbein und Falzt hier mal ordentlich links und rechts drüber. Ich habe meine dann noch ein bisschen in einem Buch gepresst. Kann man auch unter die Unterlage legen und oben gleich weiterarbeiten. Hier ist schon meine fertig gepresste Rolle. Und jetzt nehme ich das Stück Designer Papier, die linke Seite, platziere das hier schon mal so ein bisschen, nehme mein doppelseitiges Abreißklebeband, klebe mir hier unten eine Kante auf. Die klebe ich nicht ganz bis zum Rand. Und hier oben eine Kante, die klebe ich von links nach rechts komplett. Ich wollte es so verwenden, ja, ich wollte. Dann nehme ich mein Flüssigkleber, streiche ich die eine Seite schon mal ein. Mal gucken, naja, nee, das ist noch nicht so perfekt. Ja, sein können. Klo-Rollen sind ja wirklich für alles zu verwenden, also für fast alles. So, festdrücken. Das passt schon mal super. Ich gebe das mal ein bisschen an, knicke hier schon mal die Seite vor. Das werde ich da rumschlagen und ganz straff dieses hier oben rum. Dann ist hier unten die Kante kaum sich. So, hier habe ich ja das Doppelseitige. Damit kann ich das richtig gut fixieren. Ich halte das also so. Ich brauche noch einmal meinen Flüssigkleber und streiche hier die ganze Fläche ein. Ich glaube, mehr Flüssigkleber brauche ich nicht. Ich ziehe den Flussstreifen ab und falte hier straff drüber. Halte das Ganze flach. Weiche an und das hält. Jetzt knicke ich hier, hast du ja gesehen, da stand links und rechts was über. Das einmal in beide Richtungen. Auf der anderen Seite genauso. und schneide knapp schräg ab. Gleich beide Lagen, die drüben genauso an die Kante und schräg ab. Jetzt entscheide ich, ich habe die Seite mit dieser Naht, die man nicht mehr sieht, hier hinten. Okay, das bedeutet, ich klappe hier ein Feld nach innen, ganz einfach so. Und das andere Feld, wieder mein Doppelseitiges Abreißklebeband, setze ich auf. Und ziehe ich straff drüber. Die eine Seite ist fest. Das ist die Seite, wo ich nachher die Bindung anbringe, nämlich die Löcher für die Ringe. Auf der anderen Seite schaue ich mal, dass das hier alles super läuft, das passt. Dann lege ich hier die Klebestreifen an, auf beide Flächen, die überstehen. Falte das schon mal probemäßig rein, das sieht gut aus, wieder raus, passt. Und jetzt komplett die Fläche gerade anlegen, schön rein, umfalten. Die andere Fläche genauso. Hier einpacken, umfalten, fertig. Streichen. Das sieht super aus, das ist Tinten, das ist vorne, hier unten ist die Naht, deswegen habe ich mir das für hinten überlegt. Dann geht es an den Tag. Ich habe noch ein Stück Tonkarton und eine Kreisstanze, geht mit allem anderen auch, womit man einfach einen kleinen Griff zaubern kann. Ich stelle hier mal mit Dreiviertel in einem Kreis, zwei Kreise, nehme ein doppelseitiges Abreißklebeband und setze die einfach hier auf. Ich könnte natürlich auch mit Flüssigkleber rumarbeiten. Ich hatte mir das bei allen immer so hingelegt, dass ich die übereinander klebe, das mache ich hier auch. Das ist meine Schablone, lege hier mal so ein 6 x 6, 6 x 8,5, lege hier meinen Kreis an. Oh, dass es gerade liegt, nichts mehr verspringt. Und dieses oben drauf und schon passt das. Richtige Stelle erwischt. Und das Gegenstück dagegen, heißt ja schon. Wunderbar, so ist das unten verschwunden und ich kann jetzt ganz flächig hier das Designerpapier aufkleben. Ich nehme das blau-goldener, weil das sieht so cool aus. Schau mal, da ist so ein kleines Muster im Hintergrund, sieht man das auch. Und wieder 1,2 ist natürlich auch schön, trotzdem das andere nehmen wir heute. Super. Das ist so ein Designerpapier, drehst du um und denkst, oh, ist aber auch schön. Hilft nichts. Man muss Opfer bringen. So ist das nochmal. So sieht das super aus. Die Rückseite. Lebe ich auch schon auf. Ja. Lüpfiges. So. Fast, wenn ich hier was übrig hätte, was da genau passt. Eure Klopapier beiseite. Momentchen. Da hat er doch lauter Schnippel. Auch dieses. Ich glaube, ich nehme hiervon mal ein Stückchen. Wir haben es ja. Liebe das hier auf. Mit doppelseitigem. Kleine Verzierung anbringen, warum nicht. Und setzt das mal hier vorne noch so ein bisschen auf. Das gefällt mir. Nichts umkommen lassen von diesem schönen Papier. So. Lebt. Fast. Hier rein. Super. Und auch für den nächsten Arbeitsgang habe ich mir eine Schablone angefertigt, damit die Löcher überall an der gleichen Stelle ankommen. Lege ich einfach die Schablone auf. Hier hinten. Überleg gerade, wofür ich mir diese Stanze hingestellt habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich hole mal die anderen. Ich nehme hier meine Handstanze. Lege das bündig auf. Halt es fest. Und auch mal eben. Deckungsgleich. Und die andere Seite genauso. Und jetzt kann ich es hier, weil ich noch eine Seite ergänze und vorne meinen Titel habe. Einfach schon mal mit rein heften. Und genau nach dem gleichen Prinzip verfährst du mit den anderen Seiten. Ich habe hier jetzt die siebente Seite aufgefädelt. Könnte ich jetzt noch weiter ausgestalten. Hier zum Beispiel habe ich so eine Klappe mit Magnet angesetzt. Hier ist ein Aufkleber. Sieht man den Magneten nicht so. Gehört auch mit in das Kartensortiment Erinnerungen und mehr. Dann habe ich hier irgendwo was abgeschnitten. Auseinander geschnitten. Den Streifen unten hier gegen geklebt. Hier vorne ist noch mal was reingesetzt. Hier habe ich ein Stück, wo ich was einschieben könnte. Kann ich also auch verschiedene Sachen aufheben. Ja, wie viel Klo Rolle ist jetzt übrig geblieben? Ich finde es einfach witzig. Das ist nämlich dadurch sehr fest und kompakt. Und für so einen Rucksackreise denke ich mal, um Erinnerungen aufzuschreiben oder aufzubewahren einzukleben. Blätter und kleine flache Gegenstände ist das eine super Sache. Bilder passen natürlich auch wunderbar rein. Gerade diese klitzekleinen Fotos. Ja, fertig ist mein Klo Rollen Mini Album. Klo Rollen Scrapbook. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann gib mir einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du keine meiner weiteren Anleitungen. Alle Maße findest du auch noch einmal auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de Die verwendeten Materialien bis auf die Klo Rollen sind von der Firma Stampin' Up. Du kannst sie direkt über mich bestellen. Gerne beantworte ich dir all deine Fragen. Ich wünsche dir kreative Zeiten. Bis zum Abwinken. Und natürlich bis zum nächsten Mal. Deine Angela von der Stempelfamilie. Deine Angela Von der Stempelfamilie. Deine Angela von der Stempelfamilie. Der Verkaufel bei der Stempelfamilie. Alle Maße sich nicht so langsam garantiert.